Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Fortnite Shop vom Donnerstag, den 5. November 2020. Ja Freunde, Shop hat geupdateet, wir haben die alten OG Skins wieder reinbekommen und einen werde ich heute in diesem Shop Video verlosen. Hört am besten zu, wie das Ganze funktioniert und dann wisst ihr Bescheid, auf geht's zum Shop. Okay, hier wären wir im Shop und zwar wir haben hier einmal das ganze Paket mit den weiblichen Skins. Hier haben wir die Vintage Ramirez, die gibt es in zwei Stilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja das dürfte die OG Variante sein und das dürfte die auch gehübschte Variante sein, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, so müsste es eigentlich sein. Ich finde den irgendwie glaube ich noch am allerhübschesten von den ganzen weiblichen Skins. Dann haben wir hier die Vorhutkämpferin Banshee, sieht auch ziemlich nice aus in beiden Scenen, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut, 2000 V-Bucks würde das ganze Paket kosten statt 3200, wenn ihr euch jeden Skin einzeln holt. Also ein sehr gutes Angebot, meiner Meinung nach. Der gefällt mir auch gut, obwohl mir das Gesicht nie von diesem Skin gefallen hat, aber ansonsten sieht die auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann haben wir hier die Original Headhunter, sieht auch cool aus, wie hieß die nochmal? Erste Wild Headhunter, okay gut, sehen auf jeden Fall richtig gut aus. 2000 V-Bucks, wie gesagt, für das weibliche Paket, dann haben wir Jonesy den ersten, den gibt es nur in dem einen Stil, mehr gibt es nicht. Das Paket kostet auch 2000 statt 3000 V-Bucks oder statt 3200 und dann habe ich hier den klassischen Hawk. Den gibt es in zwei Stilen, genau das dürfte die OG Variante sein. Der hat mir nie wirklich gefallen, ist Geschmackssache, aber mir hat er nie wirklich gefallen, da er mit dem Original Renegade, genau das dürfte die OG Variante sein. Genau das war sie und dann gibt es die hier, kann man machen und Newcomer Spitfire gibt es auch in zwei Stilen. Genau, der war auch okay, aber am meisten hat mir wahrscheinlich der Jonesy gefallen. 2000 V-Bucks statt 3200 V-Bucks für das ganze Paket, sehr sehr gutes Angebot. Das war es damit, dann haben wir hier die Skins einzeln noch einmal, wie ihr seht, jeweils für 800 V-Bucks finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Schade, dass es nicht ein bisschen billiger ist, aber was soll man da machen, man kann jetzt nicht über alles meckern. Ihr kriegt halt eben 4 Skins für 2000 V-Bucks statt für 3200 V-Bucks, ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ja, dann geht es hier weiter zum OG, zu dem Gleiter, genau der wäre für 500 V-Bucks zu haben, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, würde ich hier nicht spielen, also von daher lasse ich das. Und dann haben wir hier den Oblivion Skin, den gibt es ja mittlerweile in dem zweiten Ziel, in dem goldenen Ziel, sehr krass, gefällt mich auf jeden Fall in beiden Zielen. Und der Rucksack ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber ja, der gehört dazu, gibt es auch in Gold für 2000 V-Bucks den Skin. Dann geht es hier weiter zu Wechselbeat, zu der Musik, aha, okay, für 200 V-Bucks bekommt ihr diese Mucke. Ja, wer es braucht, kann sich das gerne holen. Weiter geht es zu Tanzspagat, mega E-Mode, hat mir von Anfang an immer gefallen, 500 V-Bucks dafür, genau, richtig nice. Weiter geht es zu Schere, Stein, Papier, auch richtig gut eigentlich für 200 V-Bucks, ihr bekommt jedes Mal ein anderes E-Mode, also jedes Mal ein anderes Ergebnis, nicht immer, aber ja, ihr wisst Bescheid. Schere, Stein, Papier halt eben, genau, für 200 V-Bucks ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier die geschmeidigen Moves, da war ich nicht so ein riesen Fan davon, ist aber auf jeden Fall die 800 V-Bucks wert, weil sehr, sehr viele Moves dabei sind. Und aufwendig gemacht, genau. Und zu guter Letzt haben wir den Complex Skin, der war ja damals im Cup zu gewinnen und man konnte ihn danach kaufen für 1200 V-Bucks. Ich fahre den Skin auf jeden Fall, der leuchtet in der Nacht, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Der Rucksack, den kann man sich auch gönnen, für 1200 V-Bucks bekommt ihr den Skin. Kommen wir nun zur Verlosung und zwar, ich werde einen dieser 800 V-Bucks OG Skins verlosen, sobald dieses Video hier 60 Likes erreicht. Also haut gerne ein Like rein, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, damit wir das Ziel schnell erreichen. Und heute Nacht, wenn ich streame und kurz vorm Shop, der Shop update um 1 Uhr, also ich nehme an zu 0.55 Uhr, werde ich dann einen Sieger ziehen, sollte dieses Video halt die 60 Likes erreicht haben. Und der bekommt von mir den Skin dann sofort, sollte meine Freundin das so sein. Wie ihr daran teilnehmen könnt, ist ganz einfach, haut einfach einen Kommentar unten in die Kommentarfunktion rein, welchen dieser Skins ihr haben wollt und euren Epic Namen. Beides muss drin stehen, ansonsten geht ihr leer aus. Also wie gesagt, zum Beispiel die Vintage Drawmeters wollt ihr haben und euren Epic Namen, das reicht vollkommen. Und wenn das Video 60 Likes erreicht hat, werde ich heute Abend kurz vorm neuen Shop einen Sieger ziehen und derjenige bekommt den Skin sofort von mir. Solltet ihr nicht in meiner Freundesliste sein, ist es gar kein Problem, ich werde euch in meine Freundesliste adden. Ich kann euch leider diesen Skin dann heute Abend nicht schenken, weil man muss 2-3 Tage befreundet sein, bevor man jemandem neuen was schenken kann. Aber sobald es dann geht, werde ich euch irgendetwas anderes im Wert von 800 V-Bucks schenken. Also eine ganz einfache Geschichte, wie gesagt 60 Likes müssen wir erreichen und haut euren Epic Namen rein und welchen dieser Skins ihr haben wollt und dann macht ihr schon mit. Wenn das erreicht wird, wird heute Abend voll los. Gut, das war es dann mit dem Shop Video, freut mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.